Beach Soccer Weekly. Unsere Beach Boys in Aktion und ab Mai wieder wöchentlich im Schweizer Sportfernsehen. Wir zeigen die Highlights des Jahres. Von der Entscheidung in der Swiss Beach Soccer League bis hin zur Weltmeisterschaft 2011, bei der unsere Schweizer Helden von Dubai großes Vorhaben. Das Beach Soccer Jahr 2011 im Schweizer Sportfernsehen. Action, Spannung und Spektakel. Am Mai jeden Dienstag 20.45 Uhr im Beach Soccer Weekly.